Die Enzyklopädie des Märchens ist ein von Kurt Ranke begründetes deutschsprachiges Nachschlagewerk zur internationalen Erzählforschung. Das 15 Bände umfasst Geschichte, ein verwandtes allerdings auf deutschsprachige Märchen beschränktes Projekt. Das von Lutz Mackensen herausgegebene Handwirterbuch des deutschen Märchens war nach nur zwei Bände 1940 kriegsbedingt eingestellt worden. Mit den Vorarbeiten für eine Enzyklopädie des Märchens begann Kurt Ranke im Jahre 1955. Auf dem Deutschen Volkskundekongress in Nürnberg 1958 stellte er das Vorhaben erstmals einem größeren Kreis vor. An der Universität Göttingen wurde eine Arbeitsstelle eingerichtet, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Stiftung Volkswagenwerk finanziert wurde. Seit 1980 war die EM ein Projekt der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Es wurde im Akademienprogramm gemeinsam von Bund und Ländern gefördert, die EM wurde im Verlag Walter D. Greuter verlegt. Die erste Lieferung, beginnend mit dem Artikel Ane Anti-Amatusch, erschien 1975. Der erste Band 1977. Im November 2014 erschien die letzte Lieferung des 14. Bandes, seit März 2015 ist Band 14 als ganzer verfügbar. Im Dezember 2015 erschien der abschließende Register Band. Die Auflage umfasst 3000 Exemplare. 2016 wurde die Enzyklopädie des Märchens auch als Datenbank-Enzyklopädie des Märchens online beim D. Greuter Verlag veröffentlicht. An der EM wirkten rund 1000 Autoren aus 80 Ländern mit. Herausgeber waren Rudolf Schender, Lutz Röhrig, Max Lüthi, Regina Bendix und Rolf Wilhelm Brednich. Inhalt Die fast 4000 mit ausführlichen Anmerkungen in Form von Endnoten versehenen Artikel bieten einen Überblick über folgende Themen. Biografien von Forschern, Sammlern und Autoren bedeutender Quellenwerke. Darstellungen von Theorien und Methoden, Gattungsfragen, Stil- und Strukturproblemen. Fragen der Biologie des Erzählguts. Überblicksdarstellungen monografischer Art für wichtige Erzähltypen und Motive. Nationale und regionale Forschungsberichte. Ungeachtet ihres Titels behandelt die EM nicht nur Märchen im mengeren Sinne, sondern auch andere Gattungen der Volkserzählung wie Sagen, Legenden, Fabeln, Äthiologien, Schwenke oder Novellenstoffe. Sie folgte mit der Klassifikation des Arne-Thompson-Index. Bibliografische Angabe Kurt Ranke Rolf Wilhelm Brednich U.A. Enzyklopädie des Märchens Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung D. Gräuter, Berlin 1975 FF ISBN 3 1 1 0 1 6 4 0 2 7 Sternchen 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 Parameter Konflikt DNB Redundant Da ISBN gegeben Sternchen 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 Ungültig Herausgeber mit unnötigem Zusatz 1975 FF